einen wunderschönen sonnigen samstag nach einer woche harter arbeit melde ich mich zurück in den onlinebereich viel zu tun packen wir es an mit den ladungen angenommen nach starwanger ja ich habe es geschafft als angestellter endlich mein erstes eigenes fahrzeug zusammen zu kriegen ja nur einen kleinen aktos mp3 mit motor sehr schön so wollen wir mal zusehen dass unsere ladung kriegen hier ja ich mache die bremse ja schon los schimpf man nicht gleich wieder ich will nicht wissen dass ich ins bett muss nein mhm hallo schade dass die nicht auf dem beifahrersitz sitzt ach da geht ja auch gar nicht da sitzt oscar ja schon entschuldigung will ich natürlich nicht vertreiben hier geht ja gar nicht mal gucken das ist die erste lange tour die ich fahre den habe ich mir erst zugelegt hartes stück arbeit bis dahin hier habe ich so gemischte trailer drin kein spezielles pack das sieht doch schon mal gut aus ich glaube da hängt schon mal die ladung ich hab nur den klas er konnte mir mal drin wollen wir den einnahmen gleich übertreiben ja wieso geht denn jetzt der gang aus fängt ja schon gut an hier ist neu gekauft schon die ersten menge oh ne du ne ein netter am bonnet von mir hat diesen mod mal vorgestellt und naja ich habe gedacht nicht schlecht den probierst du auch mal ach ja ich habe ja glaube ich dieses richtige ankoppelte warum auch immer ich das drinnen gelassen habe ja so wollen wir das noch mal sehen wie weit ich komme bis er hier ins bett muss der nette gute mann sieht doch mal gut aus dieser container nicht so sauber und ordentlich seht ihr das schöne rostflecken so wie man sie auch auf der straße sieht dafür ist das chassis recht sauber müsste auch ein bisschen schmutziger sein doch hauptsache er hat genug ps um irgendwie in den gange zu kommen aber starwanger ist ja noch ein bisschen bis dahin kann ja noch viel passieren ich hoffe nur positives nette anhalterinnen ja oskar da musst du nach hinten geht ja nicht anders er hat ja schon zu tun und das jetzt auch ihr anzeigen könnt du Mondgesicht oh ne ja das war aber jetzt knapp na Harry bei dir auch alles in Ordnung Woche gut überstanden mit diesen milden Temperaturen aber wir wollen uns ja nicht beklagen ab Montag sollte verschiedener werden sehr viel hier oben Küstenwetter 20 Grad ich habe ja nur diese dreieinhalb Wochen wo ich Dispo gemacht habe auch bestanden Fahrer haben dich nicht beklagt waren zum Wochenende alle zuhause alle Touren weg so soll es sein lässt sich leider nicht immer einrichten aber ich denke mal bis dahin habe ich das denn richtig hingekriegt alle zufriedenzustellen Teppichetage die Kollegen mich selbst auch war nur mal hart zwischen 10 und 12 Stunden jeden Tag und Montag darf ich wieder selbst mal ein Lenkrad in die Hand nehmen das Gute ich habe mich freitag auch selbst eingeteilt nun kann der Hauptdesponent sich mal wieder den Kopf zerbrechen wie die Woche läuft ich bin raus jetzt kann ich immer meckern hat doch auch was so ein bisschen Geld verdienen um Stück für Stück aufzurüsten diesen LKW hier ist ja auch schönes Wetter ne Sonnenschein alles schön grün mir graut es schon davor wenn der Herbst einsetzt und Winter vor der Tür steht ist nicht mein Ding Frühling Sommer und der Sommer nicht zu heiß ja meine Chefs kommen ja auch unten aus dem blau weiß Bereich wollten auch in den Norden kommen um hier die frische Luft zu genießen aber ich hätte Glück es kam keiner so genieße ich jetzt hier am PC die frische Luft lasse mir den Pfad wenn du um die Ohren blasen genießen die Pro Mods oscar freut sich auch bleib da aber in einigen Stellen auf der Pro Mods frisst ihr etwas ganz schön FPS vielleicht finden wir das ja noch raus so lauter Sammeln fast wieder vergessen die richtige Fahrbahn zu wählen also ich finde den Trailer schick vor allem mit dem rostigen Container drauf vielleicht soll ich mal überlegen die Felgen tatsächlich blau zu lassen irgendwie wirkt das doch nicht so und da ist die deine Nachricht habe ich leider ein bisschen zu spät gelesen Interesse besteht falls es ja doch nochmal losgehen sollte schreibt ihr nachher noch mir qualmt ja abends einfach der Kopf da habe ich ja nichts mehr gelesen keine Nachrichten angeschaut zu meinem Bedauern auch von Okolubi noch keine Filmchen geguckt restlichen Konvoi Filmchen nicht geguckt mal sehen ob ich das alles noch schaffe dieses Wochenende irgendwie ist es zu kurz immer gesagt zwei Tage arbeiten fünf Tage Wochenende oder drei Tage arbeiten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag es wäre sogar noch besser aber die Partei die das durchkriegt die muss ja erstmal geboren werden oder ich ziehe nach Dänemark die haben nur eine Viertagewoche aber denke mal das macht meine Frau nicht mit Otto hat mal gesagt denen die dem man nicht vergibt oder so Harry das müsstest du doch wissen als Otto Fan war das nicht so mit dem Messerprofil in Reifen schneiden um den Gott des Aquaplanings zu beruhigen irgendwie sowas war das aber eins hätte ich gerne gewusst wo wollen die alle hin bestimmt da wo ich hin will nur um mich zu ärgern ja ich habe ja auch mitbekommen dass eine Beta rausgekommen ist vom ETS 2 irgendwie mit Lenkrad verstellen und ich weiß nicht ob er das alles haben muss ich fahre da ab bis die Promo dann auch so weit ist eher haue ich mir das nicht drauf ja warum ein bisschen langsamer werden hier war irgendwie stockte der Verkehr gewaltig na stört es jetzt ab oder was na ich dachte gerade das war das was ich meinte jetzt sind ein paar Probleme hier na du großes M hör auf zu spielen jawohl siehste Hund nickt auch schon so geht das nicht äh was hatte der denn eben vor rauf auf der Bahn gleich links rüber hallo jetzt wird der auch schon müde oh ne ich denke mal so bis zur Fähre oder so solltest du das ja noch schaffen aber nur ein bisschen jetzt werde ich ihm schon fast gefolgt jetzt STAND schon rauf 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 rar Der gähnt sich ein zurecht. Wenn der Hals auch. Da fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Jetzt gibt es schon gleich eine Warnung. Ich muss hier wohl doch einen Parkplatz aufwuchen. Ich muss erst mal Popo machen hier. Das habe ich mir fast gedacht. Die sind ja überhaupt nicht lebensmüde hier. Ja, sie werden müde. Gleich kommt der Sekundenschlaf. Nur halt durch. Solange jetzt nicht noch eine Verkehrskontrolle kommt, suchen sie den nächsten Parkplatz auf. Schlafen sie erst mal in der Runde. Und wenn ich nicht will. Okay. 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 So. 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 genug schlafen. Mann, Vogel. Nennt sich Müdigkeitswarnsystem. Oh, da sitzt noch einer in seinen Bunker. Sind sogar die Fenster dicht, womit es nicht zieht. Jo. Da ist das ja schon. Ja, ich bin gleich da. Du bist gut jetzt hier. Ruhig. So, jetzt mal gucken, wo der Meister des Fährverkehrs ist. Moment. Ja, ich will jetzt da hin. Siehste? Hast du wohl denn schon genug geschlafen? 9 Stunden 30 Minuten. Ja. Eigentlich müsste man die Fährkosten noch Kunden abwilzen. Unterhaltungselektronik. Oh. Alter Schweden. Dusche. Die sieht hier aber auch... Naja. Lassen wir das. Das ist eher Onkel Lou wie sein Bereich. Der kennt sich mit Frauen besser aus. Sitzen ja massenhaft welche, weil ich mal auf dem Beifahrer sitzen. In meinem Alter schweigt und genießt man. Warum schweigen? Schade, dass hier nicht so ein Verkehr ist, wo dann auch andere von der Fähre runterfahren. Und nicht nur alleine. Besser denn, die sind schon immer selbstverständlich genug gepennt hier, bis vor mir losgefahren ist. Kann natürlich auch sein. So. Oh, das war ja... Passt dir gerade mal wieder die Zeitung inzwischen. Die sind ja auch fleißig am Bauen. Mein, mein, mein. Bleib stehen, du Boss. Wieso geht das hier nicht weiter? Was habe ich denn da angeditscht? Eigentlich doch nichts. Der unsichtbare Feind in mir. Ich merke das schon. Es war jedenfalls nicht sichtbar. So. Vielleicht war das ein Kreuz, was da zu weit rüber ragte. Ja. Ja. Oh, das war doch mal eine angenehme Tour. Oha, die fliegen aber tief hier. All right. Schaffst du das noch? Ja, er schafft es. Jo, wir schaffen das. Na, dafür, dass ich Vorfahrt habe hier. Teufel nochmal. So, das ist ja dann schon gleich Starrwanger. Coole Sache. Bleib da. Mach mich die Wursche hier. Weil das geht überhaupt nicht. Oh, immer diese roten Ampeln. Wer das erfunden hat. Die könnten für die anderen auf rot sein. Für mich auf grün, bitte. Boah. Boah. Lieber umschalten, bevor ich wieder irgendeinen Mist mache. Hm. Hm. Mal gucken, ob ich richtig fahre. Ich habe ja meistens das Talent in irgendeine Laudezone reinzufahren, wobei die Dinger gar nicht abliefert. Wäre nicht das erste Mal. Also mit Stopp, das könnt ihr wegradieren. Da gehe ich ja gar nicht drauf. Ich soll das hier abliefern. Ihr wartet drauf, also bekommt ihr das jetzt auch. Oha, wie sieht das denn hier aus? Ach du Scheiße. Was machen die denn hier? Die haben ja auch einen weichen Keks im Schuh. Glauben Sie, wir können die als Fahrer zaubern, oder was? Also Scheiße, die können wir wegräumen, Mann. Das geht ja nicht. Es ist ja... Och, da kommt da noch ein Poller. Oh Mann, das wird ja wieder was. Das haut ja wieder nicht wirklich hin hier. Also, wenn es gestaltet, noch ein Meter, ne? Jo, das ist gut geparkt daneben. Hm, sehr schön. Alter, Schmiede. Solche Frachthöfe liebe ich reale auch wirklich, ne? Heißt, jetzt drück mal das Teil mal ganz kurz da rein. Passt. Passt. Oha, es ging ja gerade mal noch gut hier, wa? So. Ja, wenigstens haben wir das Teil hier hingekriegt hier. So. Jetzt werde ich erstmal gucken, wo der Willi des Lagers rumläuft. Da bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Guck nicht so auf das Mädel beim Fenster. Das ist ja... Die hat was an, Leute. Da könnt ihr kicken, da ist nix. Nix, 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 nix. Na gut. Mal sehen, wie die nächste Tour so wird mit diesem Fahrzeug. Ich lasse euch teuer. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.